15 mana ja vergisst es die hier oder versuchst es zumindest ja alle drei sehr gut das tickt jetzt hoffentlich schön durch außer die können sich selber auch entzaubern du der ist noch aktiv schaden auf alle okay du heilst du heilst dich du machst den schutz auf alle ihr habt immer noch gift und seid in zwei drei runden tot du heilst dich du heilst dich du trinkst dran ich habe hunde um kippen hören ein hund ist kaputt sehr gut du bist noch aktiv du machst den alle wieder stehen du trinkst einen trank du machst ein schutzschild so wolf ist kaputt nichts haut uns mehr in rücken sehr gut du brauchst einen großen trank du brauchst einen schutz gegen magie und was mir gerade auffällt du solltest vielleicht mal einen schutz gegen dunkelmagie zaubern weil das sieht sehr nach dunkel magie aus du brauchst man dafür nach schutz zaubert brauchst lebensschlaf beteilbar brauchen einen schutz gegen verwirrungen du machst eine neue regeneration warum hat der spruch nicht funktioniert bei ihr doch da dunkelabwehr okay du steinhaut du schutz sauber du feuerball so jetzt müssen wir eigentlich nur überleben wenn wir überleben ist alles gut die gifte werden nichts decken das macht trotzdem flächenschaden ja so du britzel 45 das lohnt sich fast gar nicht neuer schutz zauber sehr gut feuerball gift das lohnt sich schon eher und du fokus mal die eine ne fokus mal ein zauberer ne 21 das macht gar nix na neun schild so du brauchst einen trank wie schaut die steinhaut aus die ist weg ist alles entzaubert worden okay du brauchst das wir haben vergessen händler auszuschmeißen du machst eine dunkelabwehr du brauchst einen zaubertrank der dann ist betäubt ist okay so du feuerball du schutz du zaubertrank ah wache ist kaputt die nächste wache wird aber gleich reinrutschen ist das problem die sollten wir unbedingt vergiften damit sie möglichst früh anfängt durchzuticken also nicht auszuticken sondern so drauf abwehr zauber wach auf genau du musst nämlich zaubertrank trinken du schutz ist drauf du britzelst du machst den anderen schuss zauber du machst einen feuerball machbar machbar gift alle drei haben den gift dienst drauf sehr gut du britzel du brauchst einen neuen zaubertrank feuerball so magier sind gleich tot steinhaut wurde von der gruppe genommen okay steinhaut wird nicht neu gezaubert sondern heilzauber wird gesprochen du britzelst du schützt du kriegst neuen trank du machst gift falls ein schöner flächen zauber ist ja widerstand widerstand du schmeißt einen zauber verfrustet aus der leiste weil er fast keinen schaden macht weil die hier hohe luftresistenz haben nope so derick bring mal bitte einen von den magiern um oh oder der bringt sich selber um du britzel brauchen wir gar nichts mehr hauen hauen äh schmettern ne ok das sollten sie sich übertreiben aber jetzt fokusschaden und spotting mal noch eine wache ist nicht gut zu trinken doch noch mal einen trank du auch du sport wieder so feuerball wir standen wir standen bisschen schaden ab und an mal komm 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 kommt jetzt noch vorhin würde ich gerne wissen was die bewacht haben scheint ein haus zu sein die frage ist jetzt nur ob da drin noch mehr sind oder ob so eine holde meid ist die dann freude strahlend auf uns zugelaufen kommt und uns mit gold überhäuft und so weiter trink mal einen trank ja trink noch einen trank nee du trinkst keinen trank es reicht wenn Tirk eintrinkt so 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 weg sollte jetzt also noch mehr okay weg 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 schlafen das war ziemlich krass stimmt du machst jetzt nur 15% bei einkäufen raus mit dir dich kriegen wir hoffentlich im ding jetzt wieder in der stadt was jetzt elementarer ja ich denke auch also merken wir uns da hinten ist ein gehöft und bei diesem gehöft sind die ganzen dunkelmagier und todesritter und was das alles waren die seien ja doch recht garstig aus und jetzt gucken wir was die elementare drauf haben genau hier elementar wirkt steinhaut tötet nur einfach bevor ihr ankommt das klingt gut ja noch toller wäre es wenn wir sie festwurzeln könnten das wäre ultra peinlich ja für so ein erdelementar riniert am ende jeder runde 2 prozent max lebenspunkte was stufe in donnerklinges helm gestiegen oh stimmt du hast ja den artefakthelm der zwischen 5 rüstungswert hat 14 gegen luftmagie 100 prozent schutz gegen verwirrung und bei jedem erfolgreichen nahkampf angriff auf gerugon kriegt der gegner 20 schaden ich glaube der helm hat schon ein paar gegner auf dem gewissen pfiu 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 ich glaube die kommen echt nicht ran und auch der da so wir verteidigen also ja das ist definitiv das gebiet wo wir hinwollen so 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 daneben geschlagen weg mit dir kannst du es wagen unserer herrlichkeit im weg zu stehen oder so ähnlich ich husch mal ganz kurz zurück zum brunnen weil ich nicht schon eine generation verbrauchen möchte der war ja da vorne ist ja kein allzu großer weg so schluck und was können die erdelementare beschützen also allgemein suchen wir nach den scherben für die elementarschmiede aber erdelementar würde erde suggerieren und das ist der einzige schad den wir schon haben richtig ich glaube schon ich glaube schon schwusch das ist jetzt der segen der uns hier einlass gewährt ähm hallo lord kilburn hallo reisende eurer gewandung entnehme ich dass ihr schatzjäger aus dem freien städten seid seid ihr hierher gekommen um die aussicht zu genießen äh nein wir kamen hier nur rein weil wir vom obersten erdelementar ein siegen bekommen haben nachdem wir ihn vollstreckt haben also sind wir viel besser als wie du na gut auftrag ist das der brief ja ich erkenne die handschrift vor langer zeit als ich noch eine knappe war habe ich kurz unter lord mondbad gedient einem ritter aus dem windhundherzogtum und einem helden der kriege gegen die elfen ich musste für ihn einige sentschreiben überbringen also kann ich euch versichern dass er der verfasser dieser ruchlosen zeilen ist dass sich so ein hell zu bloßem banditentum herabgelassen hat ist verstörend gelände gesagt mondbad war übrigens stadthalter eben diese halbinsel bevor man ihn während der zweiten blutmund finsternis nach der belagerung portmarins durch die dämonen für tot erklärte es sieht so aus als sei tatsächlich noch lebendig mehr glory mal sehen was uns dieser brief noch so verrät killburn riecht an dem brief interessant ein unverkennbarer geruch feuchtigkeit kalkstein und pilze plötzlich springt er wie ein besessener auf breitet eine große karte der halbinsel auf dem tische vor sich aus die karte ist mit gekritzelt und fein übersieht sieht her ich habe die angriffe der banditen hier verzeichnet und ich bin zu dem schluss gekommen dass diese hunde ein versteck im wald von yon shal haben aber vielleicht ist das versteck nicht im wald gelegen sondern darunter es gibt viele geschichten über uralte unterirdische tunnel in dieser region ich bin sicher dort werdet ihr mondbad finden wir gehen jetzt los und suchen diesen mond war wie man ihn wohl ausspricht ohne vorher uns die genehmigung zu holen von unserem auftraggeber quasi was auch albern wäre aber gut was haben wir noch auftrag peninsula incognita listen und landkarten haben mich schon immer fasziniert ich wurde mit einer eigentümlichen fähigkeit geboren ein auge für details und ein talent für das sortieren zu haben nach dem krieg wurde mir eine große ehre zuteil von ihrer majestät imperatorin guendolin zum imperialen kartografen anand zu werden angesichts des ärgers der sich auf der algen halbinsel zusammenbaut war das imperium ne war die imperatorin schockiert über die entdeckung dass es in den bibliotheken von falkenhorst gegenwärtig keine karten von carcel und seiner umgebung gibt infolgedessen hat sie mich gebeten zur halbinsel zu reisen und neue karten zu zeichnen ich habe die letzten monate damit verbracht die gegend zu bereisen mit notizen zu machen und skizzen anzufertigen und natürlich habe ich diesen ort entdeckt von dem ich die eine perfekte aussicht auf die ganze region habe doch es gibt einige dinge die ich gerne noch einmal überprüfen würde ihr seht wie erfahrene reisende aus wärt ihr bereit mir ein paar fragen wie die halbinsel zu beantworten boah lasst uns beginnen äh Sorpikalamea liegt an einer küste einer bucht wie heißt diese bucht ähm ähm ich glaube das stimmt nicht okay Sorpikalamea küsstete post was zu schreiben Sorp am mehr gut das müssen wir uns merken zurück äh Großmeister mit dem Schirt und Klatsch nein alle bis auf Jallen warum auch immer verschollene Stadt ist nur ein Teil der Karte was Karte da ist Karte die Klippe die Klippe Schmiedelemente Karsal Räuberhöhle verfluchte Ruinen verschollene Stadt Seehafen äh Sorpikal und kein Name der Bucht Mist Ok äh Stufenaufstieg Du nimmst bitte Wahrnehmung Annehmung